So, to reach the enemy's castle, which is blocked by high mountains, we reluctantly decide to march through the cave, cave called a dragon's throat, der Drachenhals. Oder wie es in einem YouTube-Hoop hieß, ich werde einen gewaltsamen Deepthroat an ihnen praktizieren. Oh Mann. So, was machst du? Kommst du hier hoch? Mag ich aber nicht. So, was machst du? Kommst du hier hoch? Ja, mag ich aber nicht. Da sagst du Bläh, ne? Immer diese Blähungen. Oh Mann. Komm mal hier. Oh, du bist ja auch Hackenpeter. Der Hackepeter hier hat mich jetzt aber überrascht. So, erstmal den einen weg. Skelett hat eine Spitzhacke. Ist das etwa Minecraft? Eine berechtigte Frage, muss man sagen. So. Bläh. Alter. Oh, vier Stück. Da hilft nur eins. Magie. Und Aua. Magie und Aua. Und trotz voller Magie und dann nochmal Magie drauf gehauen, sagt keiner von ihnen Bläh. Nur ich sag, Jork, mach ich. Was aber auch bedeutet, unser Zwerg ist leider gleich hinüber. Sag mal, was hält denn der aus? Meine Güte. Gut. Hallöchen. Mensch, was machst du denn hier? Echserich. Du bist so ein Dinofol, kann das sein? Außer, äh, hier, äh, Zelda. Es ist alles Zelda. Es ist nicht nur alles Dark Souls. Vieles ist auch einfach nur Zelda. Aber nicht Wand of Gamelon und Faces of Evil. Das ist einmalig. Kein Spiel kann jemals versuchen, Faces of Evil und Wand of Gamelon zu sein. Hi. Alter. War ich da zu hoch oder falsches Timing? Falsches Timing. Das war halt nicht mit dem falsches Timing gerade. Ach. Bläh. Bläh. Die unendlichen Farben überfordern mich. Aber es ist doch nur Rot. Es ist doch einfach nur Rot. Hahaha. Hier ist die Erde doch einfach nur heiß, Herr Lustig. Oh Gott. Was anderes als das hier kann ich doch eh nicht. Wobei, ich könnte aber cool das hier machen. Hahaha. Selbgetricks. Dieses Spiel kenne ich zum Glück. Du kannst mir nicht träumen. Das ist beim Metroid ein bisschen anders, weil das kenne ich nicht. Oh, komm, hör auf. Ey, komm, hör auf. Oh, das gibt's. Das gibt's nicht. Das gibt's nicht. Das ist jetzt peinlich. Was da gerade passiert ist, war sehr, sehr peinlich. Normalerweise kann ich mich mit diesem Dino sehr, sehr lange durchkämpfen. Und hier versage ich schon beim ersten Gegner. Das ist jetzt eine schlechte, wirklich, wirklich schlechte Ausgangsposition. Richtig schlecht. Ja, normalerweise mache ich jetzt noch ziemlich viele Gegner mit dem Platt, ehe ich mich allen anderen stelle. Jetzt haben wir ein Problem. Das würde mich jetzt noch mehr Energie kosten als erwartet. Aber zu Glück sagt einer schon, bläh, dann ist alles gut. Ach. Ach. Die sagen auch bläh. Und die sagen auch hoffentlich bald bläh. Das Plammenbeuer ist einfach braunes Rauschen. Oh Gott. Ich erinnere mich nicht mehr an braunes Rauschen. Aua. Oh Gott, damit, darauf soll ich mich jetzt einstellen. Biauk. Macht der Morgenstern einfach. Das finde ich auch. So, und da brauchen wir unser allererstes Continue. Zwei haben wir nur noch. Aber zwei sagen zum Glück auch schon bläh. Der Stream läuft überraschend flüssig. Hey, auf Holz klopfen, wenn ich bitten darf, dass das so bleibt. Ey. Komm, ey Hündchen. Oder was auch immer du bist. Du bist eher ein Minotaurus, ne? Oder ein Stiermann. Oder ein Stiernackenmann. Du bist das Stiernackenkummern. Nur das kann auch sein. Hä? So. Das ist eigentlich egal. Mehr Energie kann ich sowieso nicht kriegen. Ja, gut. Erstes Continue verbraucht. Aber wir sind zumindest im vorletzten Level schon. Auf Holz klopfen also. Ja. Rüdiger hängt sich auch immer Knoblauch vor die Tür. Und damit die Vampire nicht reinkommen. Aber ich bin doch auch ein Vampir. Ich meine, wer kennt nicht Rüdiger, den kleinen Vampir? Nee, kennt heute keiner mehr. Öh, wir kennen nur Edward Cullen. Öh. Oder wie er hieß. Ah, dieser Twilight-Typi. Ich finde, dieses Spiel hier ist eine viel bessere Liebesgeschichte als Twilight. Ah, komm. Bläh. Gott sei Dank. Hü. Nein. Ach. Nein. Du brauchst jetzt hier gar nicht mit deinem scheiß Tackle kommen. So. Sonst mach ich nämlich auch Tackle. Ich muss jetzt hier mal ein bisschen Energie sparen, langsam. Ah. Nein. Jetzt sind sie alle beide abgehauen. Och Mann. Heute habe ich kein Glück mit diesen Drachenviechern. Bläh. Aber egal. Hier haben wir wieder eine Brücke. Das ist gut zum Energiesparen. Sie haben einfach keinen Bock mehr auf mich. Ich verstehe das. Hü. Oh. Das war nicht beabsichtigt. Falsche Taste. Aber egal. Die Magie bekomme ich sofort wieder. Komm, sag auch Bläh. Dankeschön. Ist das Wolverine links gewesen? Das ist Wolverine. Hier, der pinke Wolverine. Gay Wolverine. Der wollte ja gerade mit seinen Morgenstern ausholen. Aber ich so nö. Oh. Und er dann so, doch. Und ich dann so, oh. Und er dann so, haha. Und ich dann so, dann nimm das. Und er dann so, bläh. Sag ich ja. Hi-Jah. Oh Gott. Muuu. Ich sag Muu. Auf jeden Fall. Die Kuh sagt Muu. Dann sind es also in Wahrheit Kuh-Männer. Juhu. 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 Ich hab gesagt Juhu. Alter. Genau. Lieber Bläh. This is it Luigi. Ja. Noch lange nicht leider. Oh Gott. Bläh. Das Wurstgeräusch, wenn die Minutau-Tressschütte sind. Biauk. Das ist wirklich immer cool. Oh Gott. Das ist jetzt gefährlich hier. Hier muss ich mich jetzt echt zusammenreißen, weil ich jetzt auch keine Magie hab, um denen beizukommen. Gott sei Dank, zwei sind schon weg. Oh, okay. Gut. Ah. Oh. Ja. Richtig. Ähm. 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 Aua. Wie macht dich denn das am besten? Au. Oh Gott. Das ist böse. Hü. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Bläh. Bläh. Weil die brauchen jetzt sehr, sehr lange, bis die besiegt sind. Oh je. So, ich bin im Discord drin. Sehr schön. Okay. Dann können wir das nachher doch tatsächlich machen. Das ist gut. Aaaaand. Jetzt klappt's. Jetzt klappt's so, wie ich mir das vorgestellt hab. Der Trick ist hier wirklich die beiden möglichst weit voneinander fernzuhalten. Mir wäre allerdings schon sehr geholfen, wenn jetzt bald mal einer von den beiden wenigstens drauf gehen würde. Oh Gott, ey. Oh Gott, ey. Was zum Hengang. Diese Schlagkombination ist schon die härteste Attacke, die du ausführen kannst, ne? Das ist... Davon haben sie jetzt schon zig Stück bekommen. Oh Gott sei Dank. Oh, er sagt auch Mu. Mu ist immer gut. Oh, meine. Meine Mikrofone verabschiedet sich. Our enemy Darkgold must be in this castle. Okay. Cool. Oh. Habt ihr's gehört? Ich hab den, ich hab den Follower-Sound geändert. Ich hab jetzt leider ein bisschen drüber gelabert. Aber es hat, es hat geklappt. Es hat geklappt. Ah, Nanni? Bitteschön. Ah, Nanni? Gut, okay. Das musste sein. Ihr habt's euch gewünscht. Das Königsnanni, natürlich. Das musste das Königsnanni sein. So. Bläh. Gut. Ich wär blöd, hier die Magie schon einzusetzen. Wir werden sie noch brauchen. Ah, Shit. Vielleicht wär ich doch ganz gescheit gewesen, wenn ich sie hier schon eingesetzt hätte. Oh. Der blaue Hackepeter. Oh, wirklich? Die Sau wirft mich einfach weg. Die Sau wirft mich einfach weg. Guckst du dich einer diese Sau an? Jetzt weiß ich, was du für ein Tier bist. Ja. Der braucht jetzt ein bisschen übrigens, ne? Das ist, äh... Aber ich mach's lieber auf diese Art und Weise. Seinen Morgenstern find ich dann doch ziemlich gefährlich. Ja, da bitte. Oh, ein I-Teach-Vader-Pup. Das ist immer gut. Das Dark Souls aus 1991. Quasi. Aber ihr habt wirklich gute Ideen. Ah, Nanni. Fand ich sehr gut. Na, nicht zwei. Ich wollte nicht zwei einsetzen. Ich wollte nur einen, damit der hier reinfällt. Und selbst das wäre nicht mal nötig gewesen, weil man kann's auch so machen. Äh. Was? Dieses Schlagkombo abzubekommen ist immer sehr, sehr böse. Oh Gott. Ich hätte auch einen Pup. Ich hätte eventuell sehr nostalgische Gefühle hervorrufen. Das ist immer schön. Alter. So, ich probiere mal so. Vielleicht haut's hin. Kann's sein, dass ich immer irgendwie nur dasselbe mache? Oh Gott. Das sieht nicht gut aus. Jetzt ist auch noch blau. Zu viele Farben. Ja, das ist echt... In Farbe. Und bunt. Wie deutsche Welle Polen. Alter. Wir müssen noch ein bisschen Leben sparen, sonst haben wir wirklich ein Problem. Soviel dazu. Hat der mich eiskalt erwischt. Dafür gibt's einen Bläh. Hier oder story will ich noch mal. Oder ist das? Wie,kahee. plea muss denn das? Aber 안범. Gotta nee auch weiter. Wieph tank aus. 早 ey. Wie, Mum. trip. Doy. Untertitelung des ZDF, 2020